Weil angenommen, die Welt sei Materie und nichts als Materie, dann müssten sich die psychischen Eigenschaften und Verhaltensweisen von allen Lebewesen aus den physikalischen Gesetzen her leiten lassen, die die Bindungen der Vasenpaare der DNA beschreiben und damit aus den Eigenschaften der fünf Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor und zwar ohne zusätzliche Annahmen zu treffen. Das ist aber nicht der Fall. Damit ist die eingangs aufgestellte Hypothese, die Welt sei Materie und nichts als Materie, widerlegt. Klassischer Reduktio ad absurdum Beweisführung durch Zurückführen auf einen Widerspruch. Burkhard Heims ganz einfaches und effektives Argument dafür, dass es transzendente Weltdimensionen geben muss, in denen eben diese Vorgänge stattfinden. Mit diesem Argument kann man in 30 Sekunden die uns überall im Alltag umgebende materialistische Philosophie widerlegen. Viel Spaß beim Ausprobieren auf der nächsten Party und viel Spaß bei 6 Dimensionen in Farbe. Und die